Ja, mein Atelier liegt in Oberrad im Bergischen Land. Mein Name ist Jürgen Horn und es war immer schon mein Traum, mein eigenes Atelierhaus zu haben, um darin zu arbeiten und zu malen. Meine Leidenschaft gilt der Aquarellmalerei und dem Zeichnen. Gleichzeitig aber wollte ich immer auch andere Menschen daran teilhaben lassen. So biete ich Aquarellmalkurse und Zeichenkurse in einer kreativen und auch ungezogenen Atmosphäre an. Ich freue mich über Besucher und das jederzeit. Ein Tag der offenen Tür, meist im Herbst oder Frühjahr, ist dafür eine gute Gelegenheit.